Hallo Freunde der gepflegten Twitter-Unterhaltung. Ich bin jetzt permanent gesperrt worden auf Twitter. Ich weiß nicht warum, ich habe gefragt, sagen die mir nicht. Aber es sind auf jeden Fall Verletzungen der Twitter-Regeln gewesen. Also ganz bestimmt war das Verletzungen der Twitter-Regel, weil es steht ja da. Und also ich bin jetzt darauf gesperrt, den Account gibt es nicht mehr, Echtkunde. Er ist doch noch da, ich kann lesen, aber alle Follower weg, alles ist weg, alles auf Null. Und ich weiß jetzt ehrlich nicht, was ich da machen soll. Ich finde es unmöglich, was hier passiert. Im Prinzip haben wir dieselbe Situation wie vor Elon Musk. Ich weiß nicht, offensichtlich ist er da nicht genug mit einem Besen durchgegangen, ordentlichen Stahlbesen. Also da rennen immer noch Leute rum, die da nicht hingehören, so viel ist man sicher. Und ich bin mir keiner Schuld bewusst, ich habe nichts dergleichen gemacht, was irgendwie Twitter-Regeln und sonst irgendwelche Regeln verletzt, die mich auch nie mehr beleidigt, gar nichts. Dass sich jemand beleidigt fühlt, ist eine andere Geschichte. Das sind ja dann die Füdis, das ist eine andere Nummer. Dafür kann ich nichts. Gut, also der Account ist weg. Ich kann hier und da noch ein bisschen was lesen, muss mal sehen, wie ich das jetzt löse. Ob ich mir noch einen Anwalt davor gehe oder ob ich mir das antue oder nicht, das werden wir dann sehen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns heute Abend live. Und nur mal gucken, ich bin echt sauer, ich bin echt angepisst. Und weil das, diese ganzen Melium-Muschis da und, ach fürchterlich, ihr wisst alle, wenn ich meine. Ich finde das wirklich nur noch abartig.